Hallo ihr Lieben, ganz toll, dass ihr hierher gefunden habt. Das hier ist mein kleiner Kanal-Trailer. Ich wollte euch zeigen oder erklären, worum es auf meinem Kanal geht. Mein Name ist Nathalie und ich lebe im Bundesland Hessen. Auf diesem Kanal wird es hauptsächlich um Hauspflanzen und Zimmerpflanzen gehen. Wie vermehrt man sie, wie pflegt man sie richtig, wie gießt man seine Pflanzen richtig, welche Erde wählt man, alle diese Sachen halt. Ganz oft werde ich euch auch meinen Garten zeigen, Dinge, die ich in meinem Garten wachsen lasse, von Tomaten, Dahlien. Denn das heißt, ich interessiere mich für Gemüse, aber auch für Blüten. Das letzte, was ich euch auf diesem Kanal auch noch zeigen werde, sind Hühner. Wir haben eine kleine Hühnergruppe und ich zeige euch, wie wir sie pflegen, was es zu beachten gibt. Da gibt es auch noch so ein paar Regeln und ein paar Dinge, die man einfach wissen muss. Wir brüten unsere eigenen Eier aus, da werde ich euch mitnehmen. Ich werde euch zeigen, wie die Küken schlüpfen, wie wir sie pflegen, all diese Dinge. Und wenn euch diese Sachen Spaß machen, dann abonniert den Kanal sehr gerne. Ich lade meine Videos am Sonntag morgens um 6 Uhr hoch, dass ihr auch was habt zum Gucken, wenn ihr morgens aufwacht. Wenn ich mal ein Video zu viel gedreht habe, dann werde ich das am Mittwoch hochladen. Und ja, wenn ihr euch für diese Dinge interessiert, abonniert den Kanal sehr gerne. Ich würde mich total freuen, euch wiederzusehen. Wenn ihr mögt, dann sehen wir uns am nächsten Sonntag. Macht's gut! Macht's gut!